Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute mache ich die Verlosung der drei Adventskalender, die momentan auf meinem Kanal zur Verlosung bereitstehen. Ich freue mich da jetzt sehr drüber und wenn ihr gespannt seid, ob ihr gewonnen habt oder einfach erfahren möchtet, wer gewonnen hat, dann bleibt ihr sehr, sehr gerne dran. Also, ich habe schon angekündigt, es gibt jetzt die Auslosung der drei Adventskalender. Machen wir es gleich zusammen. Vorher möchte ich euch noch fragen, was ihr denn so für Video-Wünsche vielleicht an mich habt. Also, einen Video-Wunsch, den habe ich im Hinterkopf, habe ich nicht vergessen. Und so geht es da um meine Naturkosmetik-Favoriten, dass ich euch da ein bisschen was zeige. Werde ich sehr, sehr gerne machen. Habe ich im Hinterkopf gespeichert. Momentan ist nur mit Adventskalender und so weiter ganz viel los. Aber wird alles jetzt in der ruhigeren Jahreszeit, in der kühleren Jahreszeit, wo man draußen eh nicht mehr so viel unternehmen kann, wird alles noch kommen. Und falls ihr noch weitere Ideen habt, was ihr gerne von mir sehen möchtet, dann gerne unten einen Kommentar hinterlassen und eure Wünsche mitteilen. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen, weil der Kanal lebt natürlich nur davon, dass euch die Sachen auch interessieren, die ich euch da zeige. Wenn ich euch natürlich immer wieder Sachen zeige, die euch vielleicht nicht so interessieren, dann ist es einfach nur schade. Gut, aber jetzt zu den drei Verlosungen. Ich habe hier mein Tablet liegen. Vielleicht spiegelt es jetzt ein bisschen. Und das hier ist die erste Verlosung gewesen. Das ist ein kompletter Adventskalender mit Pflegeprodukten. Es sind jetzt insgesamt 70 Kommentare drauf. Und ich werde jetzt den Zufallsgenerator von Google anschmeißen. Und ihn einfach fragen. Er soll mir eine Zahl zwischen 71 und 70 nennen. Dann zähle ich die Kommentare ab. Dann werde ich gucken, ob die Person auch die ganzen Gewinnspielvoraussetzungen auffüllt. Zum Beispiel auch eben Abonnent, Abonnentin meines Kanals ist. Und wenn das dann alles passt, dann zeige ich euch jetzt gleich die Gewinnerin oder den Gewinner. Es gibt eine Internetseite, die heißt Zufallsgenerator.net. Und da habe ich jetzt eingegeben, er soll mir eine Zahl kreieren zwischen 1 und 70. Und da ist jetzt dabei rausgekommen, die Zufallszahl ist die 44. Und jetzt gehe ich wieder auf YouTube und zähle die Kommentare runter bis zu 44. Und werde dann gucken, um wen es sich handelt. Also der 44. Kommentar ist von Daniela Bernhard. Und jetzt gucke ich ganz kurz, ob die Daniela Bernhard denn auch Abonnentin ist meines Kanals. Ja, also sie hat bereits vier Kommentare unter meinen Videos verfasst, das sehe ich. Und sie hat mich öffentlich abonniert. Also liebe Daniela Bernhard, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Adventskalender gewonnen. Ich werde jetzt auch gleich auf YouTube eine Benachrichtigung schreiben. Melde dich doch bitte gerne innerhalb der nächsten paar Tage bei mir. Und schick mir deine Adresse gerne über Instagram oder per E-Mail und dann kann ich dir den Adventskalender senden. Die zweite Verlosung des Adventskalenders war in meinem Aufgebraucht-Video. Da ging es um den Drogerie-Adventskalender. Und ich habe insgesamt 57 Kommentare bekommen und schmeiße jetzt wieder den Zufallsgenerator an. Die Zufallszahl ist hier die 25. Jetzt zähle ich die 25 runter und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. 25. Herzlichen Glückwunsch, Heike von Heikes Kleiner Welt. Du hast mich abonniert und hast den 25. Kommentar mit deiner Gewinnspielteilnahme angegeben. Du erhältst den Drogerie-Adventskalender. Herzlichen Glückwunsch. So und jetzt der letzte Adventskalender und zwar ist das dieser hier. Es ging um den Make-Up-Adventskalender. Das Ganze war in einem New-In-Video. Und hier habe ich insgesamt 66 Kommentare bekommen. Gehe ich wieder rüber auf die Seite mit dem Zufallsgenerator. Gebe ein, eine Zahl zwischen 1 und 67. So und gewonnen hat der 22. Kommentar. Und der 22. Kommentar ist von Jenny von Eden. Sie hat mich auch abonniert, sie ist selber YouTuberin. Allerdings wollte sie beim Gewinnspiel wohl nicht teilnehmen, weil sie hat nicht erwähnt, dass sie teilnehmen möchte, was eben die Voraussetzung war. Deswegen werde ich jetzt noch einmal auslosen. Die neue Zufallszahl ist die Zahl Nummer 6. Und jetzt zähle ich 6 Kommentare runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sie möchte an der Verlosung teilnehmen und jetzt gucke ich einmal, sie ist auch Abonnentin meines Kanals. Herzlichen Glückwunsch, Juro. Du hast gewonnen, du hast den Make-Up-Adventskalender gewonnen. Melde dich doch bitte gerne bei mir und ich freue mich, den dann schicken zu dürfen. So, alle drei Adventskalender sind ausgelost und habe ich dann noch eine Kleinigkeit für euch? Ich glaube, ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Ich habe da noch einen kleinen Kalender gebastelt. So schaut er aus. Und das ist ein Ampullen-Adventskalender. Also so in jedem Säckchen eine Ampulle drin. Also das wird jetzt eine kleine Blitzverlosung werden. Und zwar für die Abonnentin unter euch, die am meisten Kommentare schon auf meinem Kanal abgegeben hat. Als kleines Dankeschön einfach für die Weihnachtszeit. Es wird auch nicht nur bei diesem Ampullen-Adventskalender bleiben. Ich werde noch was anderes mit reinpacken. So als kleine Überraschung. Also, wenn ihr denkt, ihr habt schon viele Kommentare bei mir abgegeben, schreibt doch gerne hier noch einen Kommentar drunter, mit dem, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich schaue dann, wer von euch am meisten schon auf meinem Kanal aktiv war und am meisten kommentiert hat. Und diejenige bekommt dann auch nächste Woche diesen Kalender hier zugeschickt für die Adventszeit. Plus eine extra Überraschung noch dazu. Also als kleines Dankeschön für diejenige, die dann besonders aktiv bei mir auf dem Kanal war. Also das war jetzt das Raushauen dieser Adventskalender. Drei Stück waren das jetzt, die jetzt hoffentlich nächste Woche dann mein Zuhause verlassen werden und sich zu euch auf den Weg machen. Plus jetzt einen weiteren Adventskalender, wo ich jetzt noch die Chance habe, den zu gewinnen. Ich bedanke mich für euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.